Heiliger Schönen und da sind wir wieder mit Rocket League ich habe meine Ball getroffen das war auf meiner Anmoderation direkt, ne? WAHU! Ja, ihr seid alle gegrüßt und geknuddelt und so, ja, ja ähm, genau Eieiei Nein! Alles gut, jetzt ruhig, Warner Jetzt hab ich mir ein Soestchen gemacht, nein! Der sieht nicht so gut aus Guter ist alle dran vorbeijumpen Oh, Mann Du musst ja auch mal nubige Gegner kriegen Snoobige Gegner, oder was? Ja, Snoobige Gegner Oh, der kommt geil Achso Hake 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 Den hätt ich viel besser treffen können Den hätt ich auch mal treffen können Da musst du mit Doppelsprung machen, ne? Jaja, ich bin schon mit dem einfachen Sprung überfordert, aber ich mach'n doppel Hake Verdammt, wieso bin ich gesprungen Why you are springing Springing away Hi Wir gehen schon beide gegeneinander nach, Alter Ja, wir können's halt Hake Wir warten nur auf den Kajos, der dann BÄM macht und drin ist das Ding Naja, der war aber hinten in der Abwehr und wollte es verteidigen Achso Ja, muss ja auch mal einer wenigstens hinten stehen, der ein bisschen aufpasst, oder? Ach, du wolltest du ein Päuschen machen? Gibt's auch zu Ja, natürlich Immer Päuschen Päuschen ist gut Päuschen super Nö, das wird so nix Das wird schon eher was Oha Der war keine Lichtstand wieder voll vorbei Jump, jump Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup ja das war ja schon mal Richtung Tor also das ist ja doch ein Vertrieb bist du grad vorbeigeflogen? nö, ich hab ihn erwischt oh ok, dann ist alles gut dann ist ja super prima ballerina wir fliegen Autos wie ei 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 nein doch nicht uhu, ne 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 das ist meiner job war zwar ok erwischt aber leider nicht drin ich dring mich grad rum Kaisel gib ihn nach vorne oh was? der hat mich abgedrängt der Sack der Wikinger hier ja nö 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 ?! nö 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 Hier kriege ich nur eine gegenseitig weg Ja 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 wir haben dich alle lieb Ja komm, geh doch rein Duu... schönes Ding Alter Das ist auch mal gut mit dem Gäse hier Uuuui wer da nicht nur in der Zwischenigung das sei Jürgen bitte den erwischt haben wir gewissen jetzt in die im Gelände oh jawohl kipp mich weg das ist nur die kickte Kaios der hat voll den verballt cool den hätte ich auch hingekriegt Kaiossis ich bin hier hab den Ball noch nicht mehr lange oh 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 boah Paradee man 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 so du wirst was das heißt ne jetzt sofort rin hauen ich schau wieder so wie vorhin ich täusche an du haust rein ja einer von euch holt ne ich weiß nicht wer da steht ja der ist voll dran vorbei gefahren also auf den kannst du dich verlassen ja toll Ende Ende woher woher wäre der noch reingegangen haha mhm go back to present miauuu ah ah hat ein miau miau haha ha 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 die beste Punktzahl von uns ja ha 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 ich habe dafür für mich nichts gemacht ha 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 suchst du schon das spiel ich so schon ja okay und dann ist ja gut da ist auch klar aber gleich muss ich echt mal auf klo und da geht schon wieder los ja irgendwie sie quadratisch praktisch und ja irgendwie so ein rundes viereck oder so genau das ist so eine ganz komische ja ich ja schon ja ich auch aber ich bin die sehr komisch und ich habe keinen boost du hast mir gerade vor der nase weggefrischt hahaha war der gut war der gut ja und er war super gerade gerade ich finde ne der wäre reingegangen ja der wäre reingegangen der wäre ist ja nicht schlimm hauptsache drinnen also als würde ich jetzt rumflamen dass du mir das tolle klo hättest ja machst du bestimmt wer hat mich weggekriegt hundhund snobby alter ich weiß nicht sicher ja ok war das gut war das gut das war super das war awesome dieser pass erst wow der ist hori ois alter wo kommt der an eigentlich ja nicht bei mir so wie es aussieht lalalalalala aber über mich weg alter kaios trifft den ball nicht und ich lag ihn weg Prozent ich bin habt ihr wirklich getroffen ich bin es um und er sei ein guter oder sei super aus der war warum er da hat der gar nicht einmal so scheiße und dann habe ich da noch mal reingestoßen beim beim runterknall mir abend schon in der Gärtener 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 das fliegen der Ruhr so gut ist das im Tor gewinnt was für den Tor der Wand hoch glitzen ich hole ihn okay Hallo Kamera da fliegt ein Ball ist nicht gut ja der war awesome der war super sein kann nicht wahr sein sag ich du du bist du fährst du fährst du fährst du fährst sagst du mich ha 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 oder wie ich wow das war die falsche Richtung kollega ja das haben wir ja auch so geplant ja das war ein perfektes Passwort was war los ey du hättest den da oben weghauen müssen also hab ihn leider nicht getroffen da siehste äh einer von uns fährt wer fährt ok du fährst wow das sagst du nachdem der Ball freigegeben ist anstatt das vorher zu sagen aber gut das war er langweilig gewesen ich hab ne Parade gemacht hat zwar nichts geholfen aber ich hab einen gemacht mich hat er weggekriegt der Spaß so bam kriegt er mich einfach weg ey naja das ist hier üblich die die denken immer American Football und so lalilalilu der Kajos schaut mir zu oh besser nicht ähm ja oh besser nicht ja wie ich sag ihm mal hauptsache man hat Spass wow 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 verdammt Ich finde, das ist hier verdammt einseitig. Warum denn auch schon zwei Tore? Das geht doch noch. Na dann mal los. Siehst du? Geht doch noch. Danke. Bitte, wofür denn? Du hast mich weggekickt, aber okay. Okay. Sehr schön. Okay. Ich kriege gleich in seinem Kopf weh. Ui. Keine Hand. Das ist gut. Den hätte ich perfekt getroffen. Snowbeam. Voll die Wand. Es tut mir so leid. Ich werde ein paar Gutes schenken. Der muss raus. Der hat wieder keine Miete bezahlt. Ui. 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 Sag doch, dass du da dran bist. Ich habe auf die Ballkamera geguckt. Ja, ich auch. Ich gucke immer auf die Ballkamera. Aber jetzt habe ich es sagen können, ich habe ihn oder so weit. Und ich hoffe, dass ich den Ball so lange anstarren kann, dass er sich von alleine bewegt. Alles klar. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Da habe ich noch eine Taste gleichzeitig gedrückt, ey. Ja, der kommt super. Der ist... Wuhu. Nicht drin. Schade. Der war scharf. Wow. Jeha. Wuhu. Zahlt er den nach oben, oder was? Hä? Das war schon wieder mit zwei, ne? Ja, das war es schon wieder. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja cremig. Also denn, bis zum nächsten Mal. Und so. Bis dann. Tschüss.